Hallöchen ihr Lieben und sonnige Grüße mal wieder mit einer, wie ich finde, gruseligen Geschichte zum Thema Bau und Immobilien. Und zwar stand hier noch bis vor kurzem, das zeige ich euch gleich richtig, ein super schöner, also erstmal stand hier ein altes Steinhaus, das wurde abgerissen. Das war auch super schön, fand ich. War ich auch mal drin mit so einer alten Treppe drin, also wirklich toll. Das kann man hier an dem Haus noch sehen. War wirklich ein schönes, großes Steinhäuschen, Steinhaus. Und dann stand hier auf diesem riesengroßen, schönen Fundament wirklich ein ganz, ganz toller Rohbau. Wirklich, wirklich schön und von der, eigentlich sieht man von hier unten aus hinten schon das Meer. Also ich finde auch die Lage hier oben schön im Dorf. Ein toller Rohbau mit zwei Etagen plus Spitzdach und obendrauf. war es dann eigentlich schon so weit, dass man dort oben dran, es wurde dort direkt dran gebaut, oben schon das Dach drauf kommen sollte. Also es war alles schon vorbereitet. Und dann, sage ich euch, ist der Oberhammer, ist diese eine Wand im Hinteren anscheinend zusammengefallen. Also von, gut, wir hatten auch wirklich Stürme, aber ganz ehrlich, ein Haus kann doch nicht einfach als Neubau, als Rohbau zusammenfallen. Und dann mussten die alles wieder abreißen, weil die ganze Statik nicht hingauern hat. Und jetzt haben die, wie man sieht, sind das ja alles gebrauchte Steine. Das alles nur zusammengeklebt mit, mit Bauschaum so ein bisschen. Also ich weiß gar nicht, dass sowas überhaupt möglich ist. Gut, vielleicht schiebt sich das durch das schwere Dach dann irgendwie zusammen, dass das irgendwie hält. Aber jedenfalls musste das jetzt alles abgerissen werden. Also es ist unvorstellbar, undenkbar. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass die hier, die alten Steine, dass das alles nochmal geht, dort zu benutzen. Und dann diese, ich weiß es nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie hier der Neubau dann wieder weitergeht und wieder passiert. Wie gesagt, das Haus ist an und für sich, finde ich, von der Grundfläche sehr schön gewesen. Aber das muss man sich mal vorstellen. Jetzt auf diesem, im Rohbau schon so zu pfuschen, Entschuldigung, dass ich das so sage, dass das eingerissen werden muss wieder oder abgetragen werden muss, das ist schon echt bitter, oder? Also solche Sachen, glaube ich, gibt es tatsächlich gefühlt nur hier. Hier, jetzt haben wir auch nochmal Leute kennengelernt, auch hier bei uns im Ort. Die haben nebeneinander zwei Neubauten, 21 bauen lassen. Und auch da läuft im Bad, wenn es regnet, durch die Badlampe das Wasser rein, bei dem auch beides Flachdächer. Also so einen Scheiß zusammenzubauen, so einen Fusch am Bau zu machen, geht echt. Also ich glaube, das geht wirklich nur hier. Ich weiß es nicht, warum, wieso, weshalb. Also da wollte ich euch bloß berichten, wenn ihr dann tatsächlich was bauen lasst, kommt am besten her für die Zeit, stellt euch ein Zelt daneben und guckt euch das an, dass das auch wirklich vernünftig gemacht wird. Also geht mal echt gar nicht. Das wollte ich euch bloß von diesem eigentlich schönen Haus berichten, was ich so im Bau miterlebt habe, was jetzt einfach wieder neu errichtet werden muss. Ganz, ganz übel. Also dann, ja, sehen und hören wir uns im nächsten Video. Und bis dahin hier noch eine schöne Aussicht nochmal. Weil wie gesagt, das ist wirklich schön hier oben im Dorf. Aber, ja, auch übel. Und hier hinten dann die ganzen Straßen hier runter, in diesen ganzen Wäldern, da gibt es auch jetzt so viele Gartenanlagen, wo überall die Schilder, welche ich auch mal im Video machen, wo ganze Gartenanlagen komplett abgerissen werden müssen, weil es alle Schwarzbauten sind. Also es wird, es wird auch hier langsam, ja, EU-mäßiger. Dann mache ich euch das nächste Video davon. Bis dahin erstmal sonnige Grüße. Tschüss.